so freunde was geht ab gleich haben wir den neuen shop da ich habe gehört es sollen heute weitere weihnachtskins in den shop kommen mal gucken was gleich schönes reinkommt als ihr neu seid lasst gerne ein abo und ein like da und falls ihr mich noch unterstützen wollt schreibt gerne mein creator code hanktv049 in den shop rein danke für den support ihr lieben so noch genau zehn sekunden nicht vergessen hank macht sein adventskalender bis zum 24 dezember also schaltet ein um nichts zu verpassen so es geht los es go aha hier haben wir was neues alle mit 200 für 200 schön weihnachtlich heißt für 200 outfit und rücken accessoire reagieren auf eliminierung was haben wir hier pärchen ein pärchen mit äckling 1200 sieht sehr nice aus dann haben wir männlichen skin ja ein bisschen zu viel mit back bling hat was für 2000 ein bisschen zu teuer aber was soll es so haben wir eine nice pickaxe gut aus hört sich gut an für 800 ja dann haben wir hier noch einen hängegleiter für 1200 sieht nice aus passend zum skin die rote jade ist wieder drin für 800 was haben wir noch schönes zündkerzen künstlerin ist wieder drin das back bling für 12 dann haben wir dann haben wir bis pilot für 800 ja immer das runde für 500 taxi für 200 ja geschafft der nice ja das war's haben wir irgendwas seltenes hier ich glaube nicht polar schauen wir uns mal an also ich habe sie lange nicht in ich glaube der ist relativ selten so das war's auf jeden fall vom shop ihr lieben wir haben was weihnachtliches dazu bekommen auf jeden fall falls ihr mich unterstützen wollt lasst gerne ein abo da lasst gerne ein leichter aktiviert die glocke um nichts zu verpassen und falls ihr mich noch mit meinem creator code unterstützen wollt hängt die video für neuen im shop eingeben danke für den support die liebe und nicht vergessen jeden tag bis zum 24 ist eine verlosung hanks adventskalender seid dabei die geben gute nacht